Hallihallo ihr lieben Leute von heute und herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Leider. Man sieht schon wohin das führt. Direkt in die Hölle. Das ist Wahnsinn. Warum steckst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Der Raum ist schön, ne? Noch. Lasst euch nicht täuschen. Na, reicht das um euch anzulacken? Das war ein Krokodil. Ich glaube es gibt noch mehr Krokodile. Okay, aber ich höre jetzt nichts. Es war hier doch vielleicht nur eins drin. Hallo? Krokodile? Sind hier Krokodile? Hallo? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier war ich nur eins drin. Cool. Wenn da ist ein Schalter, den habe ich auch gesehen. Keine Sorge. Aber ich will mich mal eben ganz umschauen. Was gibt's denn hier noch schönes? Irgendwie nicht viel anscheinend. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Okay, ansonsten scheint hier unten echt nichts mehr zu sein. Ich konnte den Raum mal so ein bisschen austricksen, auf jeden Fall. Denn man kommt ja nicht weiter ohne halt hier, ne? Aber irgendwie ging das mal, dass ich... Schade. Aber immerhin. Ich bin direkt abgesprungen. Ich bin direkt. Ich meine, es ist episch, ja, aber es ist auch scheiße. Ich speichere nochmal eben inzwischen, man weiß ja nie. Ja. Je nachdem, was jetzt hier so passiert, man hat es ja schon gesehen, es kann von Vorteil sein. Nein, Clara, was machst du denn da? Ich bin doof. Ich laufe direkt in die Flammen. Geil. Ach, wisst ihr, was ich lade? Ja, das ist jetzt sowieso so scheiße gelaufen, dass das geht nicht. Das geht einfach nicht. Das geht gar nicht. Was ist hier los? Die Frage ist, wie komme ich da oben hin? Ich lasse euch den Stein gar nicht. Oha. Das ist ein bisschen heiß. Genau, wusste ich, dass es sowas war. Aber ich bin hier kalt hochgeklettert. Das heißt, ich muss eigentlich hier hochkommen können. Oder auch nicht. Alter, wenn ich mich hier immer verbrenne. Das ist ja immer mega dumm. Was ist das heiß hier? Zum Glück brennt das hier oben nicht. Da muss ich auf jeden Fall noch hin. Da oben ist auf jeden Fall auch der Barren. Und hier drin ist die Reliquie noch versteckt, die mir noch fehlt. Ja, das kann sich weiter ausfahren. Deswegen, ich glaube, insgesamt ist die Feuerprüfung auch gar nicht so schwer. Aber, naja, man muss halt wissen, wie. Okay. Das Feuer ist auch ganz schön laut, ne? Ich hoffe, man versteht mich noch gut, wenn ich die ganze Zeit hier was erzähle. Aber ich denke schon. Ich denke schon. Und bin ich auch. Scheißegal, ich beschwere mich eigentlich nur. Naja, fast. Ganz so schlimm ist nicht. Okay. Och nö, jetzt muss ich doch mal da hinlaufen. Echt, jetzt? Ja. Schade. Na gut. Wenn das so gewollt ist vom Spiel, dann mache ich das mal. Ausnahmsweise. Aber ich hatte es auf jeden Fall echt mal geschafft, dass ich dann irgendwie, ähm, hier diese Bodenplatte nur angetippt hatte und das Feuer einfach nicht ausgelöst wurde. Das war richtig nice. Dann bleib ich bei der Raum hier echt total angenehm. Scheiß drauf. Oh, 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 oh. Aua, 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 aua. Meine Güte, was für ein Inferno hier. Yay. Alles Nötige beisammen. I am happy. Aber wie gesagt, fertig sind wir hier noch nicht. Aber das ging jetzt leichter. Leichter und schneller als gedacht. Noch mal eben zwischenspeichern. Und dann holen wir uns jetzt hier noch die Reliquie und dann können wir abhauen. Dann können wir wirklich abhauen. Und das freut mich. Okay, kann ich von hier aus direkt irgendwie irgendwo hin? Ich glaube nicht. Scheiße. Irgendwie muss ich das von da aus machen. Aber warum? Eigentlich müsste ich doch von hier aus irgendwie direkt irgendwo hinkommen können. Lol. Ist ja doof, aber okay. Oh. Das war jetzt nicht geplant, aber ist okay. Okay. Nein. Ach, Hanno. Ich hatte es vergessen, okay. Aua. Genau. So, jetzt muss ich vor allem speichern. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt wird es richtig wichtig. So, jetzt ist es richtig. Ich glaube, das wird so nichts. Aber andererseits, wie soll ich das sonst machen? Ja. Okay. Soweit, so gut. Okay, I see. Ja. Okay. Noch geht's? Noch ist machbar? Okay, Gott sei Dank. Geschafft. Soweit, so gut. Jetzt nur keinen Fehler mehr machen, Lara. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Okay. Ja, 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 ja. Warum gibt es hier keinen Kontrollpunkt? Jetzt gibt es einen Kontrollpunkt. Aber ich weiß nicht. Ich wollte es jetzt hier nicht riskieren, zu speichern. Lauf, 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 lauf. Denn es geht auf Zeit, natürlich. Wer hätte das gedacht? Alle Verbrennungen dieser Welt sind egal. Lauf einfach, Lara. Lauf, 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 lauf. Lauf, als gäbe es kein Morgen. Ist alles egal, alles egal, alles egal, alles egal. Ja. Nimm, nimm, ja. Ich kann's kaum glauben. Griechischer Reliquiar. Ich kann nicht mehr lesen. Greifenkopf, Protome. Um 700 vor Christi verzierten die antiken griechischen Künstler Bronzekessel und Trinkgefäße mit Greifenköpfen, die böse Geister abwehren sollten. Das ist wundervoll. We made it. Ich kann's kaum glauben. We made it, tatsächlich. Jetzt ist mir alles egal. Yay. Ich bin so froh. Ich bin wirklich so happy. Oh, nö. 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 Noch jemand? Hallo. Na? Irgendjemand noch irgendwo? Nein? Gut. Dann darf die Musik auch gerne aufhören. Yeah, dancing, woohoo! Woohoo, woohoo! Yay! Hey! Benötigte Zeit, insgesamt jetzt schon 4 Stunden, 35 Minuten, 27 Sekunden, huiuiui! Kills 16, Vorräte 7, Artefakte 1 von 1, Reliquien 2 von 2, alles geil! Freigeschaltet Outfits, Reliquien, Galerien! Ja, aber sowas von... Das darfst du speichern ohne Ende! Bing! Boah, bin ich froh! Nein! Ah, das ist so schön! Dass ich das geschafft habe, ist so schön! Und der Part ist lang genug, ist das nicht auch schön? Wir können ihn jetzt hier beenden, beziehungsweise ich kann ihn hier beenden und sage dann mal, dass wir unseren nächsten Part wiedersehen. Und viel kommt ja jetzt eigentlich nicht mehr. Ich glaube, das nächste war dann wirklich zusammengewürfelt, nämlich die Zisterne und das Grab von Chihokan. Ich glaube, das war jetzt ein großes Level als nächstes. Und ja, dann sind wir in Griechenland ja auch schon fertig, dann geht's ab nach Ägypten. Und nach Ägypten kommt ja dann nur noch das ganze Zeug mit Nadna, ihre Katakomben und Atlantis und der ganze Kram. Und ja, die Hälfte haben wir jetzt fast vom Spiel geschafft. Yeah! Deswegen, das ist doch auf jeden Fall mal eine gute Nachricht schon. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei, wenn es wieder heißt, Let's play Tomb Raider Anniversary! Bis zum nächsten Part, ihr Lieben! Bye, bye!